Liebe Leute, wir sind jetzt hier gerade im Studio beim Mischen Woodstock Tuba Quartett und damit ihr mal ein bisschen eine kleine Ahnung habt, was da so passiert, lassen wir euch mal kurz ein bisschen was laufen. Die Kollegen. Hallo. Hallo Leute. Und los geht's. Hallo Leute. Hallo Leute. Hallo Leute. Hallo Leute. Schönes Wochenende.